Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horizon Forbidden West mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Die letzte Folge war sehr, oder endete sehr dramatisch. Ja, wir haben Wal verloren, der ist gestorben leider. Die Senef haben sich zum Schluss, Senef, naja egal, doch noch eingemischt, wie befürchtet. Aha, die sind hier rausgefahren und Eloy wurde wohl verletzt und von Tilda gerettet, die ja auch zu diesen gehört. Und naja, jetzt sind wir hier bei ihr und schauen uns noch ein paar Bilderchen an, das sind nur noch zwei, das machen wir jetzt noch. Die Nachtwache von Heimbrandt, bei weitem das bekannteste Gemälde, das mein Heimatland hervorgebracht hat. Es wurde zu Ehren einer Miliz aus einflussreichen Bürgern in Auftrag gegeben. Ich schätze, du warst wohl eine einflussreiche Bürgerin. Damals. Aber nicht so einflussreich, wie du es in dieser neuen Welt gewesen wärst. Hä, was war das? Die Miliz sieht unorganisiert aus. Andere haben solche Szenen recht steif und unbewegt dargestellt. Boah, was ist denn hier los? Doch Reimbrandt zeigte sie bei den Vorbereitungen auf ihren Marsch. Sie sollten lebendig wirken. Man kann den Lärm fast schon hören. Hier ist irgendwas über uns. Das ist natürlich jetzt störend. Ich mach mal. Ach, hier sind wir. In diesem Gebäude, da kam ich nicht an die Metallblume ran. Und hier ist ein Breitschlund. Genau. Der erste Flug. Holt Frerikas Rüstung zurück. Mehr bleibt nicht. Untersuche die Kunstwecke. Wecke. Aha. Wer ist das Mädchen im Gemälde? Sie ist mysteriös, oder? Sie steht im Licht, aber niemand beachtet sie. Viele glauben, dass sie das Symbol der Miliz ist. Eine physische Darstellung ihrer Moral, sozusagen. Sie ist nicht real? Was ist an einem Gemälde schon real? Sie soll die Werte und Siege der Miliz darstellen. Aber ich glaube, sie wird unterschätzt. Es sieht aus, als hätte sie etwas gesehen. Was weiß sie? Welche Geheimnisse hat sie? Man muss so viele Details beachten, nicht wahr? Genau. Der Windstoß. Von Willem van der Velde. Ist das bekannteste seiner zahlreichen Maritimgemälde. Ein Schiff segelt ins Unbekannte. Das Gefühl kennst du wohl. So ist es. Deshalb gefällt mir diese Komposition so sehr. Obwohl Wind und Wellen das Schiff zu zerstören drohen, bleibt es heil. Und klammert sich trotz der Dunkelheit an das Licht. Wohin segelt es? Wahrscheinlich in ein fernes Land. Meine Vorfahren haben mit Schiffen wie diesem die Welt erkundet. Manchmal war der Preis dafür hoch. Was haben Sie gesucht? Alles, was Wert hatte. Sie waren Händler, die sich unbekannten Gefahren stellten, um reich zu werden. Doch egal wie weit sie segelten, es zog sie immer wieder in die Heimat. Also hat dieser Van der Velde nur Schiffe gemalt? Schiffe waren seine Spezialität. Er eiferte seinem Vater nach. Willem, dem Älteren. Die beiden sind auch selbst auf die Reise gegangen. Und am Königshof eines fremden Reiches angekommen. Sind Sie je heimgekommen? Nein. Aber Ihre Werke irgendwann schon. Lass dir Zeit. Der Rahmen ist immer der gleiche. Und sie bewegt sich oft den Mund nicht. Ist es mir aufgefallen? Ich weiß nicht, ob hier jetzt noch was zum Begutachten ist. Ach, was ist das? Wunderschön, oder? Gemälde sind nicht die einzigen Meisterwerke aus dem goldenen Zeitalter meines Volkes. Das hier ist Fanfianens Krug mit Deckel, der aus einem einzigen Silberblatt besteht. Wofür benutzte man ihn? Da bist du in Elisabeth sehr ähnlich. Funktion über Form. Sein Zweck war weniger bedeutsam als seine Bedeutung. Fanfianen hat ihn zu Ehren seines verstorbenen Bruders geschaffen. Der ebenfalls Silberschmied war. Ein Denkmal. Ja. Solche Schönheit aus Leid entsprungen. Wenn dieser Krug ein Denkmal ist, wieso hast du ihn dann? Das größte Museum meines Landes hat mir den Krug und viele andere Werke gegeben. Als der Pharaoh Schwarm uns überfiel. Sie hofften, dass ich sie erhalten könnte. Solch ein Meisterwerk war zu wertvoll, um es zu verlieren. Ich hab sogar überlegt, ob ich es mitnehme, um es in Sicherheit zu bringen. Warum hast du das nicht? Ich bin ein kalkulierbares Risiko eingegangen. Dieser Tresor schien sicherer als das Weltall. Außerdem dachte ich, dass ich eines Tages vielleicht wiederkomme. Ein langes Leben hat doch seine Vorteile. Sehe und staune, hier bin ich. Vorzüglich, oder? Viel Gewicht auf seinen Schultern. Das Gefühl kenne ich. Ich sollte weiter. Sie reißt sich die Haare aus. Aus Irrsinn? Oder Trauer? Es ist hart, sie leiden zu sehen. Ich sollte weiter. Hier haut das mit dem Tod nicht richtig hin, aber ist nicht so schlimm. Hier haben wir einen Lagerraum. Aber hier kann ich nichts looten. Hier sind noch mehr Dinge. Hier kommt man aber nicht rein. Da bist du ja. Geht's dir besser? Wie hast du uns gefunden an der Brutstätte? Und was hast du mit den anderen gemacht, bevor ich in Ohnmacht fiel? Gleich zur Sache. Verstehe. Tja, sagen wir einfach, wir haben schon ein Auge auf, Hephaestus. Weil wir wussten, dass wir ihn brauchen würden. Wir sind nicht auf dich reingefallen. Wir sind nicht auf dich reingefallen. Und was mein... ...klein Trick angeht. Es war... ...eine sensorische Überlastung. Und eine Energieentladung. Gérard und Eric waren nur kurz desorientiert wegen ihrer Schilde. Aber du wurdest ohnmächtig, als ich dich rausholte. Vielleicht geht es dir nach einem Frühstück besser. Hier waren wir schon drin. Hier ist auch eine Metallblume, die ich nicht öffnen konnte. Das war dein Haus. Du hast es für Beta und dich in eurem Datenkanal erbaut. Wie scharfsinnig von dir. Bitte hier lang. Nach allem, was dein Volk getan hat, glaubst du etwa, ich setze mich hin und rede mit dir? Das ist nicht mein Volk. War es nie und ist es auch jetzt nicht. Du bist mit ihnen ins Weltall gereist. Und hast 1000 Jahre mit ihnen gelebt, vor deiner Rückkehr. Was hat deine Meinung plötzlich geändert? Ganz einfach. Das hier. Mein alter Fokus. Repariert. Das heißt, du hast... Unglaubliches gesehen. Was du in zwei Jahrzehnten erreicht hast? Die kleine Eloy. Ich hab 1000 Jahre hinter mir und komm nicht mal entfernt daran. Tut mir leid, deine Privatsphäre zu stören. Doch ich musste. Um es zu verstehen. Um erleuchtet zu werden. Mhm. Du bist wirklich von Elisabeths Blut. Hast ihren Ehrgeiz, ihre Überzeugung. Ihre Integrität. Der Apfel. Nachdem ich all das gesehen habe, schäme ich mich für meine Begleiter. Ich will dir jetzt wirklich nur noch helfen. Auch wenn du deine Freunde aufhalten musst, dann ganz besonders. Bitte, setz dich. Dort. Schon besser. Also, wir müssen Beta und Gaia unbedingt befreien. Du weißt bestimmt, dass Gerard die Biosphäre der Erde mit Gaia neu starten möchte. Und die Welt so gestalten will, dass sie nur noch für uns Unsterbliche ideal ist. Dabei sterben alle Lebewesen auf dem Planeten. Er nennt es eine Neuinstallation. Nicht, wenn ich ihn aufhalten kann. Nicht, wenn wir es tun. Und wenn er und die anderen tot sind? Lassen wir gemeinsam Elisabeths Traum wahr werden. Beta hat dir bestimmt gesagt, dass es auf dem Schiff eine Version der Apollo-Datenbank gibt. Eine vollständige Sammlung menschlichen Wissens. Damit und mit Gaia könnten wir Elisabeths Ziele erreichen. Die Biosphäre heilen, die Menschen dieser Welt bilden, sie aufrichten. Die Welt ihrer Träume erschaffen. Lass uns nicht vorschnell handeln. Soweit ich weiß, sind deine Freunde unverwundbar. Bitte hör auf, sie meine Freunde zu nennen. Und sie sind nicht unverwundbar. Einer deiner Freunde hat einen Weg gefunden, sie zu besiegen. Silence. Oh, er war wirklich fleißig. Er sammelt eine Armee, die Gerards großartige Basis dem Erdboden gleichmacht. Ja, Regala und ihre Rebellen. Sogar jetzt plant sie einen letzten Angriff auf die Tinak-Hauptstadt. Sollte sie gewinnen, kontrolliert sie den gesamten Stamm. Hunderte Krieger und Maschinen, die die Basis angreifen. Sie irrt sich. Sie werden alle sterben. Es sollte reichen, um Gerards Abwehr zu durchbrechen, damit Silence ihn töten kann. Ihn und alle anderen. Mithilfe der neuen Waffe, die er entwickelt hat. Ja, er hat einen Weg gefunden, unsere Schilde zu umgehen. Ein außergewöhnlicher Mann, er hat alles eingeplant. Außer dich und mich. Während also seine Armee, Gerards Verteidigung, durchbricht, schleichen wir uns durch die Hintertür rein. Eine, die nur ich kenne. Während Silence und meine Freunde gegeneinander kämpfen, holen wir uns Beta und Gaia. Ich hab gesagt, dass ich helfen will, ich mein es ernst. Meine, viel Information. Mein alter Fokus. Wie hast du ihn gefunden und repariert? Als wir dich im Hades-Testlabor getroffen haben, hat Gerard dich als Redundanz angesehen. Ich wusste es besser. Du warst eine Offenbarung. Nach einer dramatischen Flucht, gut gemacht übrigens, dachten Gerard und Eric, dass du tot seist und stellten die Jagd ein. Ich war nicht so sicher. Als die anderen beschäftigt waren, kehrte ich ins Labor zurück und suchte nach Hinweisen von dir. Da fand ich diesen kleinen Schatz. Nicht einfach zu reparieren, aber er war die Mühe wert. Ich sah den Verlauf deines Lebens. Du warst wie ein Farbklecks auf einer grauen Leinwand. Was Liz war und mehr. Hast du ihn den anderen gezeigt? Natürlich nicht. Du hast mich dazu inspiriert, mich ihm zu widersetzen. Es ist aber so, dass ich dich ohne den Fokus und seine Aufzeichnungen nie bei der Brutstätte hätte retten können. Du wärst tot. Also sollte ich dankbar sein. Wenn du willst. Also weißt du alles über mich. Was ist mit dir? Was möchtest du wissen? Naja. Was ist mit deinem Leben auf der Erde? Ich war erst acht. Da fluteten Terroristen meiner Heimatstadt. Tausende ertranken, darunter auch meine Eltern. Wenige überlebten, darunter ich. Mein Vormund schickte mich auf ein Internat. Dort war ich das komische Mädchen. Die Weise, die man lieber gemieden hat. Wegen Umständen, die ich nicht kontrollieren konnte. Wir sind uns also ähnlich, ja? Etwa nicht? Du warst eine Ausgestoßene. Aber du hast dir trotzdem genommen, was du brauchtest. So wie ich. Ich kämpfte mich aus der Trostlosigkeit und wurde reich durch meinen Verstand. Erst durch die technische Analyse von Kunst zur Fälschungserkennung. Was damals sehr profitabel war. Dann zeigte sich, dass meine Software sogar noch besser für Gegenspionage geeignet war. Von da an war es nicht mehr weit, bis ich selber extrem wertvolle Informationen gesammelt habe. Du warst Spionin? Eher Dienstleisterin für Informationsbeschaffung. Ich blieb anonym zum Schutz meiner Privatsphäre. Doch trotz der Anonymität hat Far Zeneff mich gefunden. Okay. Was ist passiert, als sie dich gefunden haben? Sie hatten eine unglaubliche Zukunftsvision für die Menschheit. Eine ohne Krankheit oder Tod, in der wir zu den Sternen reisen und blühen und gedeihen konnten. Ich erkannte erst später, dass sie diese Zukunft nur den Reichen und Mächtigen ermöglichen wollten. Aber als ich das erkannte, gab es keinen Ausweg mehr. Pharaohs Maschinen zerstörten die Erde. Also nahm ich Far Zeneffs Einladung an und ging auf die Odyssee. Es sollte mitkommen. Aber ihre Pläne waren nobler, wie du weißt. Also wusstest du erst, dass die anderen Sene's Monster waren, als es zu spät war? Bei einigen wusste ich es schon. Natürlich. Erst als wir unterwegs waren, ist mir das wahre Ausmaß ihrer Gier klar geworden. Ich war einfach nur froh, am Leben zu sein, aber die anderen waren von einer mühelosen Unsterblichkeit besessen. Sie errichteten eine Kolonie, in der Maschinen ihre Bedürfnisse erfüllten, wo man in Erinnerungen oder Fantasien, in virtueller Realität schwelgen konnte. Das war kein Leben. Es war stupide. Ein unwirklicher Traumzustand. Im Laufe der Jahrzehnte zog ich mich immer mehr zurück. Ich war wieder allein. Hatte jetzt aber genug Zeit, über meine Fehler nachzudenken. Jetzt, wo ich dich getroffen habe, habe ich vielleicht eine zweite Chance. Zweite Chance? Um dir zu helfen, natürlich. Und Liz, Traum wahr werden zu lassen, der sich kaum von Farzimers Vision unterscheidet. Einer besseren Zukunft für die Menschheit. So, dann machen wir hier weiter. Du sagst, Beta sei nicht in Gefahr. Was machen die Sene's mit ihr? Sie arbeitet. Und soll Hephaestus und Gaia verbinden. Schwierig und zeitaufwendig, wie du sicherlich weißt. Wenn nötig, zwingen sie sie. Aber ihr Leben ist nicht in Gefahr. Nur sie kann die Aufgabe erfüllen. Weil ihr sie zu nichts als einem Werkzeug gemacht habt. Gerads Idee. Nicht meine. Sie haben mich immer misstrauisch beäugt, wenn ich versuchte, irgendwie nett zu ihr zu sein. Deshalb schuf ich den Datenkanal. Einen virtuellen Ort, wo wir uns unterhalten konnten. Und von diesem Kanal mit Beta hat keiner der anderen Sene's je erfahren? Gerard glaubt, er ist der Gerissenste von uns. Selbst nach tausend Jahren kann er sich nicht vorstellen, dass ich ihn überliste. Durch den Kanal konnte ich mit Beta sprechen, ohne überwacht zu werden. Wir konnten einfach wir selbst sein. Bis du den Kontakt abgebrochen hast. Ja. Auch wenn es schwer war. Ich war besorgt, dass unsere Treffen ihr mehr schadeten als nützten. Und sie fühlte sich weggeworfen. Ich hatte Angst, dass sie uns erwischen und sie bestrafen. Vielleicht hatte sie keine Freundin mehr, aber immerhin habe ich für ihre Sicherheit gesorgt. Es klingt hart, aber du musst mir glauben, dass ihr Wohlergehen immer am wichtigsten war. Warum sieht der Datenkanal aus wie dein Haus? Ich habe dieses Haus gebaut, um uns vor jedem Sturm zu schützen. Ein sicherer Hafen. Nicht nur für mich. Auch für die Kunst dort. Kulturelle Artefakte von unschätzbarem Wert. Einige der größten Errungenschaften der Menschheit. Und Beta sollte sie sehen? Ja. Ihre Erziehung war kalt und lieblos. Ich dachte, wenn sie Vermeer und Rembrandt sieht, würde das etwas ganz Neues in ihr Leben bringen. Ein Erbe, das genauso wertvoll ist wie die technischen Daten, die ihr eingetrichtert wurden. Der Kontaktabbruch tut mir leid, aber ich werde es nie bereuen, dieses Haus mit ihr geteilt zu haben. Sie brauchte seinen Schutz noch mehr als ich. Beta sagte, deine Kolonie wäre zerstört worden. Dass du nirgendwo hinkonntest als auf die Erde. Das stimmt. Nachdem wir unser Ziel erreicht hatten, einen Planeten im Sternensystem Sirius, haben wir zwei Jahrzehnte ein neues Heim gebaut. Die physikalischen Grenzen der Erde, die Einschränkungen der Sterblichkeit, weg. Was wir damit hätten bewirken können, es hätte eine Utopie werden können. Stattdessen stagnieren wir in mühelosem Komfort und virtuellen Realitäten. Es brauchte einen Kataklysmus, um uns aus unserer Trance zu reißen. Was ist passiert? Ein weitreichendes geologisches Ereignis. Wir wussten, dass der Kern des Planeten instabil war, haben es aber unterschätzt. Als der Kollaps kam, war es schon zu spät. Nur einige schafften es rechtzeitig zum Schiff. Wir nahmen Kurs auf die Erde. Den einzigen sicheren Ort, den wir hatten. Den du für alle anderen unsicher gemacht hast. Und dazu muss sie fliegen wahrscheinlich, ne? Wir werden uns eine Lektion zunutze machen, die wir als Kinder lernen. Kenne immer alle Ausgänge. In diesem Fall der Ort, wo Gerards neue Struktur auf das alte Fundament trifft. Ein Eingang, auf den nur ich Zugriff habe. Wenn Silent seine Armee auf die Basis hetzt, nutzen wir die Hintertür und umgehen den Kampf. Durch die Ablenkung haben wir ein Zeitfenster, in dem wir Beta und Gaia retten können. Wenn wir in der Basis sind, wo finden wir Beta und Gaia? Hier, in der Kommandozentrale. Bis dahin ist Gaia wieder mit ihren Unterfunktionen vereint. Darunter auch Hephaestus. Hephaestus. Was ist mit der Alpha-Version von Apollo auf deinem Schiff? Eine einfache Rettungsmission, wenn wir uns um die anderen gekümmert haben. Damit haben wir alles, um diese Welt so zu gestalten, wie sie sein soll. Oh, jetzt kommt Silence ran? Woher weißt du von Silence' Plan? Er ist nicht der Einzige, der sich mit Spyware auskennt. Du hast seinen Fokus gehackt? Nein, dazu ist er zu vorsichtig. Aber seine Untergebenen? Die sind nachlässiger. Er hat den Stämmen, die zu den Söhnen des Prometheus gehören, eigene Fokusse gegeben. Die für Regala arbeiten. Ich habe ihre Fokusse angezapft und viel über seine Machenschaften erfahren. Die Überbrückungstechnologie. Die Bewaffnung der Tenaktrebellen und der geheime Pakt mit Regala, Gerards Basis, anzugreifen. Aber wie hat er eine Waffe gebaut, die deine Schilde überwinden kann? Gerade das habe ich noch nicht herausfinden können, aber ich bin mir sicher, dass es trotzdem funktionieren wird. Damit und mit der Tenaktreme ist sein Sieg zum Greifen nahe. Eine Schande, dass er enttäuscht werden wird. Hoffen wir's. Regala will nur Hikaru töten und gegen die Kaja kämpfen. Von einem Angriff auf die Sinets hat sie doch nichts. Das ist der Preis, den sie für den Krieg bezahlen muss. Ohne die Möglichkeit, die Maschinen zu überbrücken, würde ihre kleine Rebellion in der Wüste versickern. Also handelt sie mit den Söhnen des Prometheus. Maschinen, mit denen sie Hikaru stürzen kann. Als Austausch für einen Angriff auf die Basis. Ihr Stolz macht sie glauben, dass sie einen solchen Kampf tatsächlich überleben könnte. Und das ohne zu wissen, wem die Söhne des Prometheus wirklich unterstehen. Und so brillant Silence auch sein mag, er unterschätzt dich immer noch. Diese Scheuklappen machen es uns möglich, Beta und Gaia direkt unter seiner Nase zu klauen. Während hunderte von Tenak draußen fallen. Also kanntest du Elisabeth. Wie war sie so? Liz war... Alles, was sie ausmachte, finde ich. In dir wieder. Und mehr. Dein Einfallsreichtum, deine Entschlossenheit. Deine Prinzipien. Du hast ihre besten Eigenschaften zu den Deinen gemacht. Ich frage nicht nach mir. Erzähl mir von Elisabeth. Wie war sie wirklich? Wenn ich ehrlich bin, ich weiß es eigentlich nicht. Obwohl ich so viel Zeit mit ihr verbracht habe, hat sie immer ein Teil von sich versteckt. So ist es seit unserem ersten Treffen gewesen. Als du Elisabeth getroffen hast, wie war sie da? War sie kalt? Unnahbar? Nicht unnahbar. Nicht wirklich. Wir trafen uns bei einem Gipfeltreffen über Machine Learning. Ein heikles Thema damals. Weil die Regulationsbehörden der KI die Daumenschrauben anlegen wollten. Liz hat eine Rede gehalten. Sie war weithin für ihre Arbeit zu automatisierter Rückgewinnung von Land bekannt. Aber in ihrer Rede sprach sie vom nächsten Schritt. Ein KI-gestütztes System, das nicht nur das tat, worauf es programmiert war, sondern die Verantwortung für seine Umgebung übernahm. Dem Leben wichtig war und nicht nur Befehlen folgte. Revolutionäre Ideen. Ich war fasziniert. Und ich wollte sie schon lange kennenlernen. Nach ihrer Rede beobachtete ich sie. Sie hatte mit Autorität und Empathie vorgetragen. Aber danach zog sie sich zurück. Ich wusste schon, dass Bewunderer ihr unangenehm waren. Als ob es sie was gekostet hätte, diese Rede zu halten. Ich wollte sie nicht belästigen, also ging ich vorsichtig auf sie zu. Und wie lange hast du denn gewartet, um sie anzusprechen? Ich hab gewartet. Und sie am nächsten Morgen angesprochen, als sie wieder zur Konferenz kam. Sie hatte gerade einen Kaffee. Sie war ausgeruht. Als ob sie sich darauf eingestellt hätte, von ihren Kollegen belagert zu werden. Ich bat sie um ein Gespräch. Und sagte dann etwas zu ihrer Rede, das ich für intelligent hielt. Ihrer Antwort nach war es das wohl nicht. Aber sie war sehr nett. Fast als ob wir uns schon kennen würden. Erst mitten in der Unterhaltung fiel mir etwas auf. Sie wusste ganz genau, wer ich war. War ein ziemlicher Schock für mich. Ich handelte mit Geheimnissen und legte großen Wert darauf, meine Anonymität zu schützen. Und so war es immer einen Schritt voraus. Ich verstand unser Treffen als eine Metapher für unsere Freundschaft. Sie schien mich immer besser zu kennen, als ich sie. Das Gefühl kenne ich. Okay. Erst mal, dann Hecaro und Dieter nackt. Dein Plan würde einen ganzen Stamm auslöschen. Es muss anders gehen. Wir befinden uns in einer wirklich schlimmen Situation. Aber es geht einfach nicht anders. Vergiss Zero Dawn nicht. Elisabeths Opfer. Manchmal müssen viele sterben, damit eine neue Welt wachsen kann. Wenn es unmöglich scheint, schau genau hin. Moment. Der Datenkanal. Den gibt es doch noch, oder nicht? Du musst ihn öffnen. Ich will mit Beta sprechen. Unmöglich, wir könnten entdeckt werden. Das Risiko ist es wert. Es geht auch anders. Dann können die Tin nackt überleben. Wir aber nicht. Wenn man uns... Wenn du helfen willst. Öffne ihn. Cool. Was machen Sie mit ihr? Dissoziation durch virtuelle Realität. Die manuelle Verschmelzung von Hephaestus bedeutet stundenlanges, mühsames Mikro-Management. Wenn sie sich widersetzt, lassen sie Simulationen laufen, die Isolation und Verzweiflung hervorrufen. Beta, kannst du mich hören? Du lebst. Sie beobachten mich. Ich kann diese Projektion nicht lange aufrechterhalten. Ihr hättet mich töten sollen. Nein! Sieh mich an. Ich hol dich da raus. Versprochen. Okay? Halte noch etwas länger durch und arbeite an der Verschmelzung. Dann ist es vielleicht möglich. Ich kontaktiere dich, wenn es Zeit wird. Hältst du durch? Solange ich weiß, dass du kommst, halte ich alles aus. Nun gut. Ich hab getan, was du wolltest. Jetzt musst du mir sagen, was du vorhast. Ich nehme Silence seiner Armee weg. Ich brauche sie nicht. Nur die Waffe, mit der er eure Schilde durchbrechen will. Und wie willst du da rankommen? Ihn nett fragen? Ohne Regala und ihre Rebellen hat er keine Wahl. Wir sind seine einzige Option. Die einzige Option wofür? Was hast du ihr gesagt? Das geht nur mich und meine Schwester was an. Ohne uns kommt Silence nicht in die Basis hinein. Alles andere erzähle ich später. Aber zuerst muss ich ein paar Sachen erledigen. Oh. Und die wären? Mein Freund zur Ruhe betten. Und dann werde ich Betas Überbrückung von Gemini nutzen und Regalas Rebellion beenden. Aus der Luft. Moment. Weil du es unbedingt auf deine Art machen willst, ich weiß, wie du mit den Tenakt einen großen Auftritt hinlegen kannst. Was ist das? Die alten Horus-Titanen haben noch elektromagnetische Energiezellen in ihrem Arsenal. Wenn du eine davon auf Regalas Armee wirfst, erleben sie ihr blaues Wunder. Tu, was du tun musst. Ich komme zu deiner Basis, falls du Silence überzeugen kannst. Nicht falls. Wenn. So. Sorry für die lange Folge. Ernd, bist du da? Hey, Lloyd. Hey, Lloyd, bist du es wirklich? Ja, bin ich. Wo sind die anderen? Wir sind... Wir sind bei der Basis. Was ist geschehen? Das... Erkläre ich dir wohl besser persönlich. Ich komme so bald wie möglich. Okay. Wir warten hier auf dich. Schön, deine Stimme zu hören. Eloy. Ja, wir machen nächste Folge weiter. Ich muss mich erstmal ein bisschen umgucken, was hier alles so los ist. Außerdem war hier noch eine Blume, ne? Da. Eine Metallblume. Sehen wir die jetzt? Da ist sie. Da bin ich nicht rangekommen. Da brauche ich jetzt bloß die Treppe hochgehen. Da ist das Vieh, was vorhin den Lärm gemacht hat. Sie ist säureanfällig. Gut. Nächste Folge, ne? Tschüss!